Was machen wir hier, Lüdiger? Johnny? Karin? Wo? Schaut euch das an! Hammer, oder? Ja, total echt wunderbar! 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 Wir schauen nach vorn und die Kamera nach hinten. Ja, er hat ja nicht gesehen, oder? Weiß ich nicht. Servus. In Deutschland braucht man da einen Putzführerschein, und in Amerika kann jeder treffen können. So will ich auch nicht. Rock on!